Willkommen zurück zu Subnautica. Wie so steht, sieht alles ganz irgendwie gut aus. Hell, freundlich, sauber, ordentlich. Aber draußen ist das Chaos. Sehen wir es gerade nicht. Eigentlich auch komisch, dass man irgendwann das mal Fenster hat aus seinem Umgebot vorne. Ich habe mir nicht nur nachgedacht. Schon ein bisschen die Geräusche haben. Und da draußen ist dieser hässliche Leviathan. Der Plan ist jetzt, dass ich den ignoriere. Er ignoriert mich jetzt auch. Ich habe an der Seite geparkt und erst mal ein bisschen Ruhe. Und dass ich mich jetzt mit dem Krebs aufmache, in Richtung Lava-Höhle. Ich bin jetzt gerade so nötig her, weil ich noch mal belegt habe, dass ich noch mal kurz die Energielevel checke. 772 von 1200. So, muss ich irgendwas mitnehmen, vorbereiten, wenn ich jetzt da runtergehe. Wir haben was zu essen, was zu trinken. Zwei Signalbojen, ein bisschen Heilung. Haben wir unten nicht sogar noch ein bisschen mehr. Was wir mitnehmen könnten, vielleicht noch was zu essen, zu trinken. Ich nehme mal einen Nährstoffbock mit. Genug Schädel und genug zu trinken. Das kann ja nicht schaden. Und mein Weg auch noch hier noch eine Heilung. Batterie. Nehmen wir eine mit. Welchen Neubau muss auch nicht so schlimm. Wir haben zwei violette Tafeln. Das sollte wirklich reichen. Ich nehme alle Signalbojen, die sind relativ easy zu bauen. Ah, das Gewehr nimmt so viel Platz weg. Okay, der Rest sieht alles gut aus. Achso, wie weit sind wir denn über dem Meeresgrund? Das ist vielleicht noch eine ganz gute Information, die wir mal kurz mitnehmen können. Ich gehe mal raus dafür und schaue mich um. Ah, da ist er noch. Da ist er schon wieder. Dass ich nachher mit dem Krebs auch wieder gut zurückkomme. Okay. So, ähm, wir räuchten unser Antrieb. Engine, powering, up. Heißer. Heißer. Niedrigste Stufe. So, Außenkamera. Was ist die unten? Ist der Schraube? Ist der Kommandoturm? So, wo ist er? Wer ist er? Natürlich. Wenn er gerade nicht guckt, sinken wir ein bisschen ab. Jetzt sind wir schon ziemlich niedrig hier. Sollte reichen, glaube ich. Wie gesagt, mit der rechten Maustaste könnte ich angeblich das Licht an und ausmachen. Wie scheinen wir? Passiert überhaupt nichts. Also in den Kameras kann man das machen. Das weiß ich auch. Hier zum Beispiel... Jetzt geht es auch nicht. Warum denn? Ah, mit der linken. So, hier mit der linken. So. Das geht, aber... Hier, Rechtsklick, macht überhaupt nichts. Warum ist das Licht jetzt rot? Oh, das... Das ist, wenn ich den lautlosen Antrieb anhabe. Der frisst, glaube ich, auch ordentlich Energie. Ich habe das alles gar nicht ausgemacht. Okay. Na, wie bei so einem Weltkriegs-U-Boot, wo dann das rote Licht angeht. Machen wir mal das aus. Es ist ein bisschen Schiss, mit dem Krebs mich auszuklingen. Ich habe aber vor allem Schiss gerade. Alles sehr unangenehm. Kann ich noch ein paar Sachen da reintun? Ja. Was wir da nicht so voll haben, aus Gründen. Und jetzt geht es los. Okay. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Die beiden Sachen mit dem Sprungtriebwerk. Wir sind ungefähr 1300 Meter tief. Der Krebs ist nicht zu laut. Leise ist er ja nicht gerade. Oder? So. Der linke Arm ist mein Torpedo-Arm. Äh, mein... Ja, mein... Greifarm, oder? So mit dem Arm so... Na, guck. Bin ich jetzt gerade hier runtergeschubst? Nichts. Ach, wie ist das Arschlöcher hier? Komme ich doch nie wieder raus aus der Scheißhöhle? Gott, das ist eine Katastrophe. Da ist ein Warper. Das fühlt sich doch mal ganz anders an als mit der Seemotte hier rumzuschleichen. Das ist eine abgefahrene Art hier sich fortzubewegen. Ich habe kein Wärmekraftwerk in dem Krebs, das hört mir jetzt auch gerade ein. Brauche ich eine Energiezelle mit? Ich brauche auch eine Energiezelle mit. Ich depp. Weißt du was, ich steig nochmal aus und hole nochmal eine Energiezelle. Ich habe keine dabei. Das habe ich ganz vergessen. Das ist eine Lava-Larve. Lass schön meinen Krebs in Ruhe Brudi. Sollte mir auch eine Boi hier aussetzen, wenn ich den Weg zurück finde. Das ist alles stressig. Oh oh. Ich stimme mal lieber. Ey! Guckt er sich den nur an gerade oder attackiert er ihn? Sieht mal heil aus. Sieht nicht beschädigt aus. Mann. Wenn er keinen Geräusch macht. Oh Gott. Sieht alles gut aus. Mann! So. Ich nehme eine Energiezelle mit. Natürlich ist es auch nicht ideal, weil eine Energiezelle weniger ist eine Energiezelle weniger. Seid ihr nicht gedacht? Das sind hier Sachen, die ihr nur von mir erfahrt. Aber dann habe ich halt eine für den... Ich nehme lieber eine mehr mit. Wenn ich nicht zurückkomme, habe ich auch nichts vom Leben. 250 hat der Zyklop noch. Ich hätte doch mehr Energiezellen mitnehmen sollen. Ich wusste nicht, dass das so schwierig wird. Ich warte. Das ist so schwierig. Hast du einfach mehr Licht? Boah, hat es mir gut Licht. Wie schön. Ja, das ist so. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Nein, nicht einsteigen. Ey, meine Energie. Und noch so ein Verseuchter. Ich habe es noch geahnt. Die Schweine. Das ist ein Stress, okay. Die saugen Energie ab, die blöden Viecher. So will ich ob da runter? Will ich woanders hin? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin will. Achso, und ich wollte noch die... Mal hier, Flusseingang. Ich habe vergessen, die Adeboje rauszutun. Machen wir das mal hier in der Mitte. Was, was, was? Wer bist du denn? Ich will doch nur die Brugge... Alter. Und ein Warper, natürlich. Ja, 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 ja. Ja, ja. Auf der Straße. Okay, die Brugge. Zwölf kriegt halt keinen Namen. Zurück in den Krebs. Nein. Oh, der holt mich aus dem Krebs raus. Ich werde bescheuert. Und dann... Wo, wo hält er mich jetzt hin? Ah, mein Krebs! Mein Krebs! Nein! Nein, nicht in die Lava! Nein! 1300 Meter auch. Der geht... Wie, das ist zu tief. Und der geht ja... Nein! 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 Ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Okay. Alles gut. Reparieren. Wie kann denn alles nur so schief gehen? Wo kann ich Energiezellen hier wechseln? Kann ich auch Energiezellen wechseln? Bitte lass mich... Vorrat ansehen. Das ist... Der Koffer. Und da hat Energiezellen. Okay, okay. Das ist gut. Nein, ich will einsteigen. Jetzt wackelt... Das wackelt auch nicht so. Wird schon nicht Krebs einsteigen. Es stand eben Krebs einsteigen. Danke. Du hast keine Geduld für sowas. So. Wir brauchen prinzipiell Kyanid. Und vielleicht anderen Shit, den wir hier finden können. Und wir müssen uns orientieren, was hier überhaupt los ist. Das muss ein Gang. Irgendwo über mir ist... Die Boje für den Ausgang. Und hier ist... Da war es jetzt... Okay, tiefer als das kann ich hier nicht. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da muss ich irgendwo Kyanid finden. Da geht es tiefer nach unten. Aber nicht mit meinem Krebs. Gucken wir mal, was wir hier entdeckt haben. Ist das eine andere Larve, die mit dem Rest gar nicht verbunden ist? Blei. Ich bin nicht so ein Käse. Gold. Das ist ganz nett, aber nicht wichtig. Ich brauche Kyanid. Ich glaube, ich brauche Kyanid auch, um das Krebs-Upgrade zu machen. Für die tiefere Tauchtiefe. Aber ich sehe hier keines. Das kann ich mit dem Arm nicht aufheben oder wem. Das ist ein bisschen angebohrt. Das ist Uranid. Das ist an der Stelle auch nicht viel weiter. Das ist ein bisschen weg hier vom Rand. Steigen, 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 steigen. Das ist natürlich ein blöder Warper, weil die sind natürlich immer da. Ja toll, Gold. Da kann ich mir nichts kaufen. Ich brauche Kyanid. Ich muss gucken, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, ich brauche das dritte Upgrade für das Krebs-Tiefen-Modul. Das zweite. Das zweite. Kitanitium und Kyanid. Das habe ich bis jetzt nur in diesem großen Vorkommen gesehen. Wofür ich eben den Krebs brauche. Aber anscheinend natürlich nicht in der Lava-Höhle, in der ich bin. Ich will... Ich kann mich da nicht hochhangeln, wenn der da unterwegs ist. Unangenehm. Es ist unangenehm, dass der keinen Scheinwerfer hat. Lass mich bloß in Ruhe. Jetzt bin ich wieder draußen. Ich dachte, das wäre ein Zugang zu der großen Höhle. Ist es vielleicht auch über die... Über diesen Bereich, der bei Tiefe als 1,3 ist. Was mir so ordentlich viel bringt. Muss ich mal kurz orientieren. Ich habe die Orientierung verloren. Ich bin nicht glücklich, Genass. Ich bin wirklich nicht glücklich. Seek Fluid Intake. Vital Signs Stabilizing. Okay. Ähm... Subwesten, die waren das nochmal. Ich bin so durcheinander. Fluseingang. Ich bin aus der Richtung gekommen. Genau. Wo war denn jetzt der andere Scheiß-Eingang zu der Lava-Höhle? Ja, in die Richtung. Irgendwo. Ich habe es echt vergessen, wo genau da... Wo war der Eingang zur Lava-Höhle? Ich habe es echt vergessen. Der Stress hat mein... Teil meines Gehechtnisses ausgelöscht, leider. Prinzipiell weiter einfach in die Höhle rein. In das Höhlen-System. Da kommen wir hinten zum Lebens... Ach, beim Lebensbaum vorbei. Natürlich. Oh, das ist aber ganz schön weit. Ich will halt nicht unnötig mit dem... äh... mit dem Tod-Krad rumfahren. Ja, das war der Warp. Schnauze und Ruhe. Schnauze und Ruhe. Schnauze und Ruhe. Ich vermisse meine Seemotte. Warum kann die nicht tiefer tauchen? Und ich brauche dieses Modul, mit dem ich den Krebs aufladen kann. An solchen Schloten. Ich glaube, es war ein Hitze... Oder war es das mit dem Hitzekraftwerk für den Zyklopen? Ich war nicht mehr ganz sicher. Eins von beiden. Beides wäre gut. Drausend habe ich noch kein Kyanid gefunden. Das war erst unten in der Lava-Höhle, glaube ich. 1.300 Meter. Das war auch zu tief da. Wie soll ich denn das scheiß Kyanid abbauen? Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 da ist noch mehr kyanid sonst brauche ich jetzt gar nichts trinkendes irgendwie ich nehme ein bisschen was mit ich schaue, dass ich echt die 7-Motor nicht weiter upgraden kann kommt und so Wenn wir schon mal hier sind, ergründen wir auch ein bisschen mehr, wenn wir noch Energie Aber dann brauche ich ja dringend das Tiefmodul, man sieht es auch, geht ja schon tiefer Und auch ein Ladegerät Ich bin echt ein bisschen überrascht, wie langsam das geht Aber zuverlässig ist es allgemaßen Jetzt kriegt er gleich viel Zeug raus Noch Quarz, noch mehr Kühlenid Oh oh Geräusch What? Ha! War es jetzt ein Vorkanausbruch oder machen wir hier Seemonster hier das? Da war gerade ein Leviathan mit so riesigen Krakenarm Ach du Scheiße Was ist das? Das ging kaum, wenn ich ihn näher kennenlernen möchte Ja. Das Wichtigste, was ich hier wollte, habe ich erstmal. Ich habe meinen Kyanid. Theoretisch. Ah. Das ist, kam das von dem? What the fuck? Wo stelle ich mich hier? Wir sind da im Berg. Also ich habe meinen Kyanid für die für die beiden Tiefenmodule. Das ist wichtig. Und für das Wärmekraftwerk. Das heißt nicht Wärmekraftwerk, keine Ahnung, was das ist. Aber damit ich mit Hitze meinen Krebs aufladen kann. Die beiden Sachen habe ich. Theoretisch könnte ich zurück. Ich will noch ein bisschen hier erkunden. Und das mache ich in der nächsten Folge. Dann schaue ich mir an, was hier noch ist. Das ist aber super gefährlich. Die Warper, diese Viecher, keine Ahnung, wie die heißen, habe ich noch nicht gescannt. Und von dem Viviatan will ich gar nicht reden. Und? Ich denke, ich gebe hier so eine Larve irgendwo dran. Nee. Okay. Also. In der nächsten Folge mache ich all diese tollen Sachen. Es wird bestimmt fantastisch, dass sie da keine Probleme auf mich zukommen. Bis dann. Ich denke, ich bin einer mega Solchein. Das ist auch ein bisschen. Ich bin einer. Ich bin einer.